Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal meine 10 liebsten Drogerie-Paletten zeigen. Ich werde euch natürlich auch dazu sagen, warum sie zu meinen liebsten Paletten gehören und euch auch ein paar Swatches zeigen, damit ihr, falls ihr noch am überlegen seid, ob ihr eine bestimmte Palette braucht, vielleicht eine kleine Entscheidungshilfe bekommt. Den Make-up-Look habe ich mit der Wishing on a Star Palette von Lorella geschminkt. Die sieht so von innen aus. Ja, falls euch das interessiert, das Video wird auf jeden Fall noch online kommen. Einfach noch ein bisschen warten, aber ich finde den Look einfach unglaublich schön. Auf den Lippen habe ich von Colourpop die Farbe Magic Wand. Ich werde mir jetzt aneignen, in meinen neuen Videos das entweder dazu zu sagen oder in die Infobox zu schreiben, weil mich letztens eine Zuschauerin gefragt hat, welche Lippenfarbe ich trage und ich echt überlegen musste, welches war, weil ich das mir nie irgendwo aufschreibe, sondern halt irgendwas passendes auf die Lippen mache. Deshalb werde ich das jetzt so handhaben, dass ich es immer mit in die Infobox schreibe, falls euch das interessieren sollte. Genau. Ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal mit meiner Lieblingspalette aus der Drogerie, um es so zu sagen. Und zwar ist das die Love in London Palette von BH Cosmetics. Ich habe jetzt versucht, keine Limited Editions mit reinzunehmen, die ihr nicht mehr bekommen könnt. Oder eine Palette ist schon dabei, die ihr so nicht mehr kriegt. Vielleicht noch bei Vinted oder so. Aber ansonsten habe ich versucht, eben keine Limited Editions mit reinzumachen, obwohl da ein paar meiner Favorites mit dabei sind. Aber weil es halt einfach blöd ist, das euch so unter die Nase zu reiben und zu sagen, wie toll die Palette ist, wenn ihr sie so nicht mehr kaufen könnt. Ja, deshalb meine erste Lieblingspalette ist die Love in London Palette von BH Cosmetics. Es werden auch einige BH Cosmetics Paletten dabei sein, weil ich einfach finde, dass das mit die beste, oder nicht mit die beste, sondern für mich die beste Drogeriemarke ist, was die Lidschatten angeht. Genau. Die Love in London Palette sieht so aus. Warum ich sie liebe? Ich denke, wer mich kennt, weiß das. Weil es einfach ein kühles Schema ist. Zum einen, weil ich, wie gesagt, kühle Lidschatten eben liebe. Und zum zweiten, weil London meine absolute Lieblingsstadt ist. Ich liebe London. Bevor das mit Corona war, war ich mindestens einmal im Jahr in London. Weil es halt einfach, ja. Ich liebe diese Stadt. Und natürlich war es dann die perfekte Ergänzung, dass meine Lieblingsstadt mit einer meiner liebsten Farbschäben so kombiniert wurde. Danke BH Cosmetics übrigens dafür. Ja, die Palette finde ich unglaublich gut. Die geht bei mir auch immer mit auf Reisen. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch dazu jetzt einfach mal ein paar Swatches. Ich glaube, zur Pigmentierung muss ich nicht viel sagen. Also ihr seht, dass die Mattentöne, wie auch die Schimmertöne eben sehr, sehr schön pigmentiert sind. Ihr habt auch so zwei kleine Pop-of-Color hier drin. Eben dieses dunkelblau und ganz außen hier so ein dunkellila, so ein Aubergine-Ton. Ja. Unglaublich schöne Palette. Kostet 16 Euro. Falls euch jetzt dieses Farbschema von der Travel-Reihe hier nicht anspricht, ich kann euch auch alle anderen empfehlen, die ich bis jetzt getestet habe. Das war die Puerto Rico, die Paris. Ich glaube, ich habe noch die Hawaii. Ja, also die finde ich alle super. Meine Lieblingsfarben hier drin sind übrigens Big Ben. Ich liebe auch Big Ben. Das ist der helle Ton hier. Dann meistens, also ich habe so meine Standard-Locks in der Palette. Ihr wisst, es ist meine Lieblingspalette. Man geht meistens auf die gleichen Farben. Und zwar sind das Big Ben, Cheers, Scone, Palace und Crumpet. Palace und Crumpet habe ich euch hier auch noch geswatcht. Also die drei hier sind drei meiner Lieblingsfarben. Und am schönsten ist auf jeden Fall Palace. Das ist der hier. Das ist wie so ein schöner Taupton. Ja. Super pigmentiert. Unglaublich cremig. Lassen sich so toll auf dem Auge verblenden. Und was ich halt cool finde, sind noch diese kleinen Pop-of-Color hier in der Palette. Das sind eben diese beiden. Ja, mit denen könnt ihr halt nochmal was Specialiges machen. Natürlich ist es eine sehr neutrale Palette. Und falls ihr schon viele habt, ist die hier vielleicht eher langweilig für euch. Aber für mich ist es, ja, meine absolute Lieblingsdrogerie-Lidschattenpalette. Und ich könnte auf jeden Fall nicht mehr ohne die leben. Ich finde auch das Design wunderschön. Wie gesagt, weil ich halt einfach London über alles liebe. Und für 16 Euro, für 16 Shade, das heißt, ihr zahlt ungefähr 1 Euro für diese Bombenqualität. Also ganz ehrlich, 15 Daumen nach oben. Eine absolute Empfehlung von mir. Und falls ihr die noch kriegen könnt, weil jetzt gerade war sie ausverkauft auf der BH-Seite, dann auf jeden Fall zuschlagen. Weil das ist so eine super Palette. Ich würde auch sagen, ich arbeite jetzt erstmal meine BH-Paletten ab, die ich euch hier zeigen möchte. Das sind ganze 5 an der Zahl. Deshalb gehen wir jetzt auch gleich weiter zur Avocado-Toast-Palette. Auch hier, wer mich kennt, weiß genau, warum ich euch die in die Kamera halte. Genauso wie ich kühle Brauntöne liebe, liebe ich Grüntöne. Wenn ich Videos mit den Paletten gedreht habe, die ich euch heute zeige, werde ich euch die auf jeden Fall in der Infobox verlinken, damit ihr sie halt einfach nochmal in Action sehen könnt. Genau. Auch die hier ist, wie ich ja gesagt habe, von BH Cosmetics. Die kostet allerdings 18 Euro. Also diese Brunch-Paletten, von denen es ja mehrere gibt, die ich euch übrigens auch alle empfehlen kann, sind ein bisschen teurer. Ich habe auch noch die Mimosas-Palette und ich habe die Blueberry-Muffin-Palette. Die Paletten sind auch unglaublich schön. Also falls euch dieses grüne Farbschema nicht anspricht, spricht euch vielleicht das andere Farbschema von den Paletten an. Ich verlinke euch auch nochmal meine Drogerie-Palettensammlung in der Infobox, damit ihr da vielleicht auch nochmal durchskippen könnt. Da zeige ich euch alle meine Drogerie-Paletten. Genau. Eine wunderschöne Palette und ich würde auch hier sagen, zeige ich euch noch Swatches. Und ja, ich werde jetzt bei allen Paletten nichts mehr zur Pigmentierung sagen, weil sie sind nicht umsonst in diesem Video. Ist ja klar, dass sie super pigmentiert sind und mir unglaublich gut gefallen. Deshalb, ja. Ihr habt ein ganz, ganz tolles Farbschema. Ihr habt eben verschiedene Grüntöne. Ihr habt aber auch Brauntöne mit drinnen. Und ich finde die Palette einfach wunderschön. Ich liebe sie über alles. Man kann so viele zahlreiche Looks da mitmachen. Ihr habt auch so ein schönes Rosa so ein bisschen mit drin, mit dem man alles ein bisschen ausgleichen kann. Ihr habt so ein leichtes Gelb mit drinnen. Also eine wirklich, wirklich tolle Palette. Und auch die kann ich euch nur ans Herz legen. Ich werde euch jetzt gleich noch eine andere grüne Palette zeigen. Und dann zeige ich euch aber natürlich die beiden auch nebeneinander, damit ihr einfach seht, dass die vollkommen verschieden sind und man beide haben kann. Weil, ja. Man sagt ja immer eine grüne Palette. Ich habe die eine, brauche ich die andere. Aber in dem Fall würde ich sagen, ja. Und hier geht es eben um meine dritte Lieblingspalette. Das ist die Pistachio Palette von BH Cosmetics. Und die sieht so aus. Jetzt zeige ich euch da den kleinen Vergleich mal, damit ihr einfach seht, dass die vollkommen unterschiedlich sind. Ihr habt hier viel knalligere Töne, als ihr sie hier habt. Also hier sind die Grüntöne, wie beschreibt man das? Ein bisschen mehr Maddi, so ein bisschen, hätte ich jetzt gesagt. Hier, also geht halt wirklich so in die Avocado-Richtung. Und hier habt ihr halt grelles Grün, Mintgrün. Dann habt ihr wie so ein Gelbgrün. Wo ich jetzt sagen würde, wo sie sich vielleicht gleichen, sind die zwei dunkelgrünen Töne. Also der hier und der hier. Aber ansonsten sind die Paletten auf jeden Fall unterschiedlich. Und falls ihr grüne Lidschatten liebt, hat man doch eh nie genug, oder? Um es mal so zu sagen. Ja, die Palette kommt aus der Sweet Shop Kollektion. Kostet 20 Euro. Ich werde euch nachher noch eine andere Sweet Shop Palette zeigen, weil ich die einfach unglaublich gut auch von der Qualität her finde. Ich kann euch da auch alle empfehlen. Ich habe alle daheim, bis auf die blaue, weil ihr, wenn ihr mich schon länger verfolgt wisst, ich habe so eine kleine Hassliebe mit blauen Lidschatten. Sagte sie und trug heute blauen Lidschatten. Ja, deshalb die blaue war die einzige, die ich mir nicht gekauft habe, da ich einfach nicht so häufig blauen Lidschatten benutze. Und mir dachte, die blauen Lidschatten Paletten, die ich daheim habe, reichen mir erstmal. Ja, aber die ist auch super gut. Ich liebe ja so monochromatische Lidschatten Looks, deshalb kaufe ich auch gerne so Paletten, die eben in einem Farbschema gehalten sind. Und das ist bei den Sweet Shop Paletten eben so. Also genau perfekt für mich. Die Paletten gleichen so ein bisschen den von Colourpop. Colourpop bringt ja immer diese Nine Pan Shadow Paletten raus, die eben auch ein Farbschema haben. Sind natürlich ein bisschen günstiger, aber falls ihr halt nicht bei Colourpop bestellen wollt, ist eine gute Alternative eben so diese Sweet Shop Paletten, weil ihr da halt auch monochromatische Lidschatten Looks rauskriegt. Genau. Gut, weiter zu den Swatches würde ich sagen. Ich denke auch, das spricht für sich selbst. Oh, ich liebe grüne Lidschatten so sehr. Ich finde einfach den Ton hier auch unglaublich schön für den Innenwinkel. Ich liebe so ein bisschen dunkleres Grün fürs Lid mit dem ausgesmoked. Also, love it. Ich werde euch auch hierzu ein Video verlinken, weil das habe ich auf jeden Fall getestet auf meinem Kanal. Und ich denke, wenn ihr da die Looks seht, seid ihr genauso verliebt wie ich. Wirklich ein ganz, ganz tolles Schätzchen. Und wird auch eine Palette sein, die ich mal mit mich, mit mich, die ich mal mit auf Reisen nehmen werde, wenn es denn mal wieder so weit für mich ist, weil gerade bin ich noch nicht so am Verreisen. Auch vom Packaging her finde ich sie unglaublich süß. Wer mich kennt, weiß, ich habe einen Sweet Tooth, wenn man es mal so sagen möchte. Ich liebe Süßigkeiten, Kuchen, Eis. Also alles, was süß ist, ist genau meins. Ich bin so ein kleines Schleckermäulchen. Und ich fand das halt einfach auch unglaublich schön so, dass ihr die alle so aufeinander stacken könnt. Klar fehlt mir jetzt die Blaue hier mittendrin. Aber es ist halt einfach cool, dass ihr die zu so einer riesen Eiswaffel machen könnt. Genau. Und dazu gehört auch die nächste, die ich euch zeige. Und zwar ist das die Sugar Cone. Die gehört nämlich genau hier so obendrauf. Die kostet natürlich auch 20 Euro, wie die andere auch. Und ist eben ein neutrales Schätzchen. Für mich sind in der Palette alle braunen Farbtöne drin, die ich so brauche, um den Look zu kreieren. Ich habe was Helles, ich habe was für die Grease, ich habe was zum Abdunkeln. Solltet ihr natürlich ein dunklerer Hautton sein, werdet ihr hiermit schon Probleme haben. Zumindest habt ihr nichts zum Abdunkeln dann für euch drinnen. Was natürlich schade ist, da wird hier vielleicht, ja, das wird auf jeden Fall zu hell für euch sein, wenn ihr dunklere Haut habt. Und die werden vielleicht noch funktionieren, aber es ist halt eher, ja, auf die helleren Hauttöne zugeschnitten, würde ich jetzt sagen. Ihr habt wunderschöne Schimmertöne drinnen, ihr habt was Helles, ihr habt was im mittleren Farbschema und ihr habt ein dunkleres Braun. Und ja, gefällt mir sehr gut. Wäre jetzt nicht die Palette, die ich mit auf Reisen nehmen würde, weil ich da meistens eben die London Palette mitnehme, weil ich einfach noch mehr Braun habe, was unterschiedlicher ist. Hier habe ich ja nur vier Matte und vier Schimmer. In der London Palette habe ich einfach noch mehr Brauntöne zur Auswahl. Plus, sie ist halt im kühleren Farbschema, was meine Präferenz ist. Aber ich kann euch die hier auch auf jeden Fall empfehlen, weil es wirklich ein ganz, ganz tolles Farbschema ist. Dann zeige ich euch natürlich wieder die Swatches. Auch hier, wie gesagt, ich möchte nichts mehr zu Pigmentierung sagen. Ich denke, es spricht für sich selbst. Kommen wir zur letzten BH Cosmetics Palette für heute. Wir haben dann fünf von zehn Paletten von BH Cosmetics. Ich hätte auch die ganzen zehn Paletten damit voll machen können, mit meinen BH Cosmetics Paletten, weil ich die einfach über alles liebe. Aber ich wollte euch natürlich danach dann auch noch ein paar andere zeigen. Deshalb habe ich jetzt mal nur die Hälfte an BH Cosmetics Paletten gefüllt. Und zwar ist das die Mrs. Bella All Eyes & You Palette. Die könnt ihr auch noch bekommen. Und die sieht so aus. Ein unglaublich schönes Schätzchen, finde ich. Ihr habt hier eine Auswahl an mattentönen und an Schimmertönen. Also 4,4. Immer so im Zickzack. Ihr habt einen Cremeton, ihr habt einen braun und ihr habt zwei eher so rosige Töne. Und dann habt ihr natürlich unterschiedliche Schimmertöne, die ins Rosane gehen oder halt im neutralen Bereich bleiben. Auch die Palette finde ich sehr, sehr schön. Ist eine tolle Reisepalette. Hatte ich auch schon mit dabei, als ich verreist bin. Und ja, finde ich sehr cool. Ist sehr, sehr handlich halt auch. Ihr seht, das passt. Und vom Farbstema her halt auch das, was ich gerne tagsüber so trage. Wenn ich nicht viel machen wollte, habe ich mir einfach den Ton in die Crease gegeben. Den oder den aufs Lied. Und schon war der Look eigentlich sehr, sehr schön. Wenn ich ein bisschen mehr Rosi wollte, bin ich in die Richtung gegangen. Mit dem Schimmer oder dem Schimmer. Also ihr habt wirklich eine tolle Auswahl in dieser winzigen Palette. Die kostet euch 14 Euro. Ich hätte euch jetzt auch die anderen zwei Mrs. Bella Paletten zeigen können. Aber da ihr die halt nicht mehr bekommen könnt, dachte ich, zeige ich euch jetzt die, weil ich die auch über alles liebe. Und ja, ist halt eher so für den Neutral Lover ein bisschen gedacht. Was ja aber auch eben perfekt zu Mrs. Bella passt, weil die jetzt nicht blau und gelb auf den Augen trägt, sondern halt eher im neutralen Spektrum angesiedelt ist, würde ich so sagen. Ich finde die Palette wirklich, wirklich schön. Und falls ihr noch so eine kleine handliche Palette sucht, mit so ein bisschen Rosy-Touch mit drin, kann ich euch die hier auf jeden Fall empfehlen. Und hier sind natürlich noch die Swatches für euch. Ja, wirklich, wirklich toll. Also wie gesagt, ich gebe mir den oft in die Lidfalte, den einfach nur aufs Lid und ihr habt schon einen ganz, ganz tollen Look. Ich liebe aber auch die Kombination zwischen dem und dem Ton hier, der so ein bisschen rosiger ist. Ja, also eine ganz tolle Palette, meiner Meinung nach. Und ich bin wirklich froh, dass ich sie habe. Kommen wir mal zu einer anderen Marke und zu einer Palette, die relativ neu noch ist. Und zwar zur Love X Anna Lipcap Palette. Wie gesagt, auch hier verlinke ich euch die Review. Ich habe zu fast jeder Palette, die ich euch heute zeige, schon was geschminkt. Und die hier ist eben relativ neu noch, wie ich das ja gerade erwähnt habe. Und es sieht so aus. Ist eine unglaublich tolle Palette. Also wenn ihr euch das Video anseht, werdet ihr auch merken, dass ich nur Positives dazu zu sagen habe, weil ich sie wirklich super von der Qualität her finde. Das war auch meine erste Palette von Love oder meine einzige Palette, die ich auch von Love habe. Love hat mich immer nicht so interessiert als Brand und ich dachte auch am Anfang, dass ich die Palette nicht haben möchte. Habe aber dann von Anna Lipke die Looks dazu gesehen und war begeistert. Ich war begeistert auch, als ich die Looks selber geschminkt habe, weil die Palette sieht so unscheinbar aus. Aber ihr kriegt so unfassbar schöne Looks damit hin. Ihr könnt was ganz Natürliches zaubern, indem ihr einfach nur die zwei Töne zum Beispiel nehmt und einen von den zwei Schimmern aufs Lied. Und ihr seid schon good to go. Ihr könnt aber auch richtig smoky gehen mit einem unglaublich tollen Schwarz. Also unfassbare Qualität. Ihr habt zwei wunderschöne Rottöne. Ihr habt einen Dunkelbraun mit drinnen. Ach, ihr merkt glaube ich, wie begeistert ich bin. Ihr habt acht Farben. Hier von Sims 6, Matt und zwei Schimmer nur. Also ihr habt auf jeden Fall mehr Matte als Schimmerfarben. Was genau das Richtige für mich ist. Ich hasse es, wenn ich mehr Schimmer als Matte Töne habe, weil mit den Matte Tönen möchte ich einfach eine Base machen. Und wenn ich zu wenig Matte Töne habe, kann ich entweder die Base so nicht hinkriegen, wie ich sie haben möchte. Oder ich muss immer die gleichen matten Töne benutzen und kann nur im Schimmer variieren. Und hier habt ihr halt wirklich, ihr könnt wirklich viel variieren mit diesen acht Farben. Die Schimmertöne passen auch perfekt zu allen Looks. Also die Palette ist wirklich unglaublich gut gestaltet. Da nochmal Glückwunsch an Anna Lipke. Also eine ganz, ganz, ganz tolle Zusammenarbeit mit Love. Und die kriegt ihr auf jeden Fall auch noch. Auch, ich würde sagen, lauft zu eurem Computer. Oder in den, naja, im DM gibt es ja lauft leider nicht mehr. Lauft zu eurem Computer dann und bestellt euch die, weil die so gut ist. Sie ist zwar ein bisschen teurer, also sie kostet 24,99. Aber ihr werdet es nicht bereuen. Das ist wirklich eine fantastische Palette. Und auch hier kann man die Qualität, denke ich mal, ganz gut an den Swatches erkennen. Das Schwarz ist wirklich toll. Die Schimmertöne sind toll. Ich liebe die zwei Rottöne auch, weil der eine eben so ein bisschen so ein dunkleres Bordeaux-Rot ist und der andere eher so ein knalliges Rot, der so ein bisschen auf dem Auge auch ins Pink mit reingeht, wenn man den benutzt. Also, ja, fantastisch einfach. Also, ich finde die so toll. Kommen wir dann zu einer Palette von Essence. Und zwar kostet die 3,99. Also hier habt ihr mal einen richtigen Schnapper. Aber der Schnapper ist wirklich sehr, sehr gut. Ich finde die Paletten von Essence unglaublich schön. Ich habe drei verschiedene davon. Ich glaube noch eine Nude und so eine wärmere Braun-Palette. Und die gefallen mir alle sehr gut. Also, es ist eine ganz, ganz tolle Qualität. Und für 3,99 macht ihr da in der Drogerie auch nicht viel falsch. Ihr habt eine sehr handliche Palette. Auch einen schönen Mix eben aus Matten und Schimmertönen hier drinnen. Und ja, die finde ich auch sehr, sehr gut. Ist mal endlich eine ein bisschen günstigere Lidschattenpalette, weil alle anderen, die ich euch gezeigt habe, waren ja so ab 14, 15 Euro plus. Die hier kostet euch nur 3,99. Also falls euer Geldbeutel in dem Falle vielleicht nicht so viel hergibt, kann ich euch die auch ans Herz legen. Ist vom Farbschema her ähnlich zu der Mrs. Bella Palette. Kostet euch aber halt nur ein Drittel, ein Viertel sogar nur. Ja, also eine sehr, sehr tolle Palette. Was mir halt an der Palette besonders gut gefällt, ist, dass die Brauntöne eher so ein bisschen ins Kühlere gehen. Was eine ganz, ganz tolle Ergänzung zu dem Rosy ist, finde ich. Ihr habt einen unglaublich schönen, schimmernden Aubergine-Ton. Ihr habt... Oh, guckt euch bitte diese Schimmer an. Das sieht wie nass aus. Und die matten Töne sind auch so butterweich. Also unglaublich. Wie gesagt, die kühleren Brauntöne, ich liebe das in Verbindung mit dem Aubergine-Ton und dem Rosa. Ihr habt hier helle Töne noch, um vielleicht ein bisschen was zu setten oder auszubessern. Und Leute, 3,99 Euro. Also ich bitte euch, was ist das denn bitte für eine Qualität? Also absolute Empfehlung. Geht in die Drogerie und kauft euch die, falls euch jetzt dieses Farbschimmer nicht anspricht. Wie gesagt, es gibt noch zwei andere. Die habe ich zumindest hier zu Hause. Ich benutze die auch so unglaublich gern, weil, ja, guckt es euch einfach an. Wirklich wunderschön. Sehr wunderschön. Ein Top-Preis-Leistungsverhältnis einfach. Dann kommen wir zu einer Palette von ELF. Und zwar eine aus der Mint Melt-Kollektion. Die Farbe Mint to Be. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ist halt so eine ganz, ganz kleine BB-Palette. Kostet euch auch 5 Euro. ELF hat ja einige von diesen Bite-Size-Paletten. Ich fand aber nicht alle gut, muss ich ehrlich sagen. Ich habe eine, die Assa-Iyu, die finde ich nicht so toll. Ich habe auch die Rosewater schon aussortiert, weil ich die nicht gut von der Pigmentierung fand. Ja. Das sind die Swatches. Der helle Mint-Ton ist so möh. Der dunkle Grünton ist in Ordnung. Was mir aber an dieser Palette eben am besten gefällt, sind eigentlich die Schimmertöne, ne? Weil die sind wirklich bombastisch. Also ganz, ganz toll. Ich habe die Palette auch hauptsächlich wegen den Schimmertönen noch in meiner Sammlung, weil ich die einfach sehr gut finde. Ich finde 5 Euro sind in Ordnung für die Palette. Und für die Schimmertöne ist es natürlich bombastisch. Die andere Mint-Palette finde ich auch sehr, sehr schön. Müsste ich mich jetzt aber für eine Mint-Palette entscheiden. Oder ja, für eine grüne Palette würde ich immer die von BH nehmen. Und ja, ich finde sie trotzdem aber gut. Ihr seht, dass das Mint hier nicht so extrem pigmentiert ist. Wenn ihr das aber einfach als Base aufs Auge aufpresst, dann sieht man das trotzdem mit dem Dunkelgrün ein bisschen abdunkeln und dann einen von den bombastischen Schimmern drauf. Und ihr habt wirklich einen ganz, ganz tollen Look dann auf dem Auge. Kommen wir zu der vorletzten vorletzten meiner 10 Lieblingsdruckerie-Lidschatten-Paletten. Und das ist leider eine, die ihr so nicht mehr in der Druckerie bekommen könnt, wie ich ja am Anfang schon erwähnt habe. Vielleicht habt ihr aber Glück und findet sie bei Vinted oder irgendwo anders bei Ebay oder so noch. Und das ist die Catrice Maxim Giacomo Palette. Die sieht so aus. Finde ich einfach unglaublich gut, weil ihr eine ganz, ganz tolle Farbauswahl drin habt. Ihr habt kühle Brauntöne, ihr habt einen Topper Shade, ihr habt Grün, ihr habt Blau, ihr habt Rose, ihr habt Orange. Also ihr habt so eine tolle Auswahl in einer Palette einfach und mit einer unglaublich guten Qualität auch. Also wirklich, wirklich super. Die Palette hat im Handel 14,99 Euro gekostet. Ja, wie gesagt, vielleicht findet ihr die irgendwo noch. So könnt ihr sie leider aber nicht mehr kaufen. Ich wollte sie jetzt aber trotzdem hier mit einbringen, weil ich sie halt einfach toll finde. Und ihr habt, wie ich gesagt habe, einen Limoneshade, einen Blau. Ihr habt den Topper hier, der auch so toll ist. Ihr habt einen, der so ein bisschen, ja, wie so ein bisschen Duo-Chromi ist. Und ihr habt tolle, kühle Brauntöne. Also super Qualität. Ich bin von Catrice sonst eigentlich nicht so begeistert, weil ich eher der Essence-Lidschatten-Fan bin von der Qualität. Aber die hier hatte mich auf jeden Fall überzeugt. Und ich wollte sie jetzt halt einfach hier mit reinnehmen, weil ich sie so toll finde. Ja, ist halt auch einfach mal ein Farbschema, was man sonst so in der Drogerie, finde ich, nicht findet. Und auch hier nochmal Glückwunsch an Maxim. Also eine ganz tolle Palette, die er da eben mit Catrice rausgebracht hat. Und die letzte meiner Drogerie-Lidschatten-Paletten kommt von Milani. Milani können wir ja mittlerweile auch bei dm kaufen. Ihr kriegt das aber bei Douglas oder so zum Beispiel auch schon. Zählt für mich mit zu Drogerie, weil ihr es jetzt eben bei dm auch kaufen könnt. Und in Amerika ist es ja Drugstore. Ich habe jetzt Wet n Wild extra nicht mit reingenommen, weil wir das ja bei dm nicht kaufen können. Ist aber an sich eben auch American Drugstore. Ja, die Palette kostet 14,90 Euro. Ist die Bare Necessities Everyday Eye Palette. Ist ein wirklich altes Schätzchen. Also Milani hat ja mittlerweile auch ganz viele neue Paletten rausgebracht. Also neues Konzept, die sind kleiner oder so viel größere Paletten. Und das hier ist noch eine der Oldschool-Paletten mit so einem komischen Pinsel. Die habe ich auch schon ewig und ich liebe sie wirklich über alles. Ihr habt ganz, ganz tolle Shimmer Shades. Der hier, der hier und die zwei. Und ihr habt eben zwei matte Shades. Die nehme ich auch oft mit, wenn ich mal nur ein Wochenende zum Beispiel irgendwo hinfahre, weil die schön klein ist und aber alle Farben enthält, die ich eben gerne haben möchte. Sie ist ein bisschen teuer im Vergleich zu Essence zum Beispiel, weil bei Essence zahlt die ja für diese Rose Edition 4,99 Euro und für Milani zahlt die halt 14,99 Euro. Bei uns in Deutschland. In Amerika sind die auch ein bisschen günstiger, aber wir zahlen halt immer ein bisschen mehr dafür. Trotzdem finde ich sie unglaublich gut und ja, ich liebe die Palette einfach. Ich verbinde mit der auch so viele Erinnerungen und könnte die auch niemals auch sortieren. Und hier habt ihr halt dann nochmal die Swatches. Ihr seht, der matte Ton ist sehr, sehr schön. Ist auch so ein bisschen kühler gehalten und ihr habt ganz, ganz tolle Shimmer Shades. Ihr habt was in so Richtung Gold, Copper. Ihr habt ein schönes Braun. Ihr habt eben so einen tollen Innenwinkel-Highlight, der auch sehr, sehr nass aussieht. Also ganz, ganz tolle Qualität. Und meine arme Hand hasst mich jetzt für diese Swatches. Ach ja. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren mal wissen, welche sind eure Lieblings-Drogerie-Paletten. Was habt ihr jetzt hier bei mir gesehen, was euch so anspricht oder was sollte ich vielleicht unbedingt aus der Drogerie noch austesten, was so euer Geheimtipp ist an tollen Lidschatten. Lasst mich das gerne mal wissen. Ich liebe Drogerie-Lidschatten-Paletten, bin natürlich auch immer auf der Suche nach guter Qualität für den günstigen Preis. Deshalb, falls ihr eine Palette habt, die ich unbedingt mal testen soll, lasst mich es gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!